Am 5. Mai ist die Krönung von Prinz Charles III. Derweil laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Vor kurzem wurde bekannt gegeben, dass auch Prinz Harry an der Krönung teilnimmt. Seine Frau Meghan und die Kinder bleiben jedoch in Los Angeles. Laut The Mirror wird Harry während seines Aufenthalts in Frogmore Cottage wohnen. Das Anwesen ist nur 640 Meter von William und Kates Zuhause Adelaide Cottage entfernt. Royal-ExpertInnen gehen davon aus, dass sich viele Royals nicht sonderlich über Prinz Harrys Anwesenheit freuen. Insbesondere die Veröffentlichung seiner Memoiren hat viele Familienmitglieder gegen den Sohn von Prinz Charles III. aufgebracht. Auch eine Versöhnung mit seinem Bruder Prinz William scheint eher unwahrscheinlich. Ob die beiden Brüder die geringe Distanz zwischen Frogmore Cottage und Adelaide Cottage zum Anlass nehmen und ein geheimes Treffenplan ist nicht bekannt. In der Westminster Abbey hingegen sollen zwischen William und Harry mehrere Sitzreihen liegen. Angeblich soll somit Getuschel verhindert werden. folgenden